Hey Ho! Ich heiße dich herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts 3. Wir müssen jetzt ganz Felix Rapunzel retten. Wie du schon gesagt hast. Wir müssen auf den Streamerstreik kommen. Und da will ich dann bestimmt hoffenweise niemanden und Herzlose auf uns warten. Ja. Geht aus unserem Weg. Wartet mal. Ähm. Hier oben kam es, oder? Ja. Kann ich irgendwie auf die Karte greifen? Nein. Ah. Genau. In die andere Richtung. Ey. Komm. Schon. Einmal den. Oh мы. Hallo. Ja. Ich muss auch nicht aufhelfen. Ich muss mich beilfen, lieber Hammer. so macht man das miss ja 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 wir brauchen zu beiden topfen habe ich mir nicht nach korona und da kommen wir ich glaube jetzt kommt nicht dieser los ja 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 ich bin confused vielleicht noch ein bisschen Energie abziehen ja 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 es ja 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 We're almost there. See ya. Come on. Idiot. Come on. Was ist das? Oh mein Gott, das ist doch nicht Das ist doch ein bisschen un-paktisches dann glaube ich so dass ich mir einen Bruch schmeißen kann ja fast down eingriff gestiegen, magie gestiegen, max fp gestiegen ja ich will den ja ich nur noch am button smash aber es geht bei den Spielern halt nicht so ich habe einen X oder 3 auf den links Oh meinst, ja, 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 ja. Neue Rüstungsschleut, Max LP gestiegen. So ne dumme Buh Atsch Ja, Kennen wir auch mal ohne Fünf Minuten Cutscene auskommen. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach so. 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 Nein! Ich kann dich das machen. Und ich kann dich nicht sterben. Aber wenn du das machst... Aber wenn du das machst, dann wirst du sterben. Hey, es wird alles gut sein. Rapunzel... Warte. Warte. Julia, was? Nein! Oh, nein! Nein! Was hast du... Was hast du... Nein! Nein! Das wäre schon irre, was sie uns sehen. Aber nicht schön. Flynn. Oder wie auch immer. Eugen. Oh! Fall into darkness. We can't allow her near our pure light now. Her presence would only cast a pall over it. Oh nein! Und dann kommt da irgendwas komisches an. Wir sind hier oben ein bisschen. Hey! Ich wollte einmal ein Feuer auf dich machen. Weil du das geblieben hast. Ja, das ist doch gut. Downsizer. Also. Durchschlag. Quatschfahrräte. Oh, Mensch. Und. Teil der Tür aus. Was machst du jetzt? Ich kann nicht. In der Luft. Also. Ich bin. Ah, ich bin. Oh, ich sehe ihn nicht, ich bin. Ja, ich bin. Ah, ich bin. Ja, ich bin. Was ist das? So, kommst du damit auch klar? Fuck. Nein. Nein. Okay, ich hätte die Böse in meiner Ausrüsten sollen. Okay, soll ich jetzt nichts schaffen? Okay. 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 Well. Okay. das ist wieder da oben meine MP werden nicht verzeichen so wir die 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 das ist es das ist die die Ach! Oh, nehm ich mir wohl! Oh, oh. He's down. Oh, jetzt geht's mit der Oben, oh, jetzt geht's mit dem Oben, oh, ja, 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 ja. Ich weiß was zu tun, Zoron! Ich hoffe ich auch! Oh! Ja! Neue Axis Wars wird in Max LP geschickt! Ui! Oh! 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 Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Sie hat die Magie noch. In sich. In sich. Hmm. Toll, aber wie können sie jetzt mit mir zusammenarbeiten? Ich kann endlich mit meiner Real-Familie sein. Ich konnte es nicht ohne Ihre Hilfe. Du bist willkommen! Na wo ich bin, der König nicht für eine bessere Prinzessin. Und ich konnte es nicht für einen besseren Besuch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bin der M.O.A.B.S.T. Ja, dann, Sie und Maximus spielen gut. Huh? Huh? Du bist großartig. Huh? Wir haben nicht gesehen, den Mann zu kontrollieren, in einem Moment. Das ist eine bessere Überraschung. Aber es gibt noch eine Chance, dass er hier irgendwo sein kann. Na, wenn er zurückkommt und versucht, Rapunzel wieder zu fragen, dann Flynn wird sie sicher. Und wir drei werden nicht weit entfernt. Gute. Gute. Aber es ist eine bessere Überraschung. Gute. Und du hast mich. Gute. 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 Ein bisschen, ja. Achso, wieder was abgehakt, wieder was vollständig. Das ist nicht gut. Was für seine Forschung? Was für seine Forschung auf den Replicas war nicht komplett. Es gibt noch viele Dokumente, aber sie sind schon gut bevor er hat, dass er irgendwelche Progresse gemacht hat. Hast du eine Idee, wo er geht? Es gibt keinen Ort, wo er gehen kann, jetzt dass er Mensch ist. Er hat keine Möglichkeit zu verlassen, diese Welt zu verlassen. Die Schmerzen Korridoren! Ich bin außerhalb seiner Fakultien und meiner jetzt. Oh, aber nicht jeder. Was ist, wenn Evan wurde geholfen? Natürlich! Die Organisation könnte auch die Replikas nutzen. Um ihre Räume zu erzeugen. Das ist eine wichtige Information für uns. Damit können wir viel anfangen und viel verändern in diese Welt. Oder auch nicht. Das war wirklich interessant, sowas zu hören. Humanität ist ein wertvolles Geschenk. Und trotzdem möchtest du, sich zur Organisation zurückzuhören? Oh ja, natürlich. Eine Eradigung in Axel's Hand war genug, um zu lernen, wo nicht, um meine Hoffnung zu stellen. Er hat dir ein zweites Leben gegeben. Er hat mich entfernt von der Sache, die ich interessiere. Ich brauche nicht die Menschheit. Gib mir meine Forschung. Ich muss es nachvollziehen, egal ob die Kosten. Die Replicas? Ja. 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 Ich glaube, das ist aber noch nicht. hänge nicht. 26. Arendelle. Arendelle? Oder Monstropolis. Monster AG? Oder Frozen? Eigentlich sehe ich vom Level her, wäre erstmal die Monster AG eher zu wählen wie... Ja. Frozen. Jetzt werde ich auch erstmal dorthin fliegen. Eine Wegmarke setzen. Aufrecht, du fliegst von hier los. Nein. Nein. Äh... Gummi-Editor? Ich kann trotzdem noch keinen davon bauen, oder? Ja. Die habe ich keine. Okay, wir können das Material ändern. Ich muss doch nicht alles Neues haben. Ich muss doch nicht alles Neues haben. Okay. Okay. Ah, ich muss noch was zu ändern. Und ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht mehr machen. Ich muss auch nicht mehr machen. Ich kann doch auch nicht mehr machen. Das finde ich nicht mehr machen, und ich kann... Ich auch nicht mehr machen. Ich kann doch auch nicht mehr machen. Ich habe keine Medikation. Ich habe da immer noch nicht mehr auf dem Kartoffeln. Was ist das? Okay, das war's. Wir spalten das wieder ab. Ja, wie war's? Ja, genau. Ah. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.